ich glaube das kommt auch selber hinaus wie eben auch oder was mein ihr ja war sogar ein bisschen besser aber das kann doch nicht so schwierig sein beschäftigen wir uns jetzt vier stunden lang damit diesen stand zu schaffen machte ohren auf doch das auch jetzt müssen wir das taxi da erstmal wieder wegfahren das taxi wohl eben war es ja kein taxi eben war es ja ein pickup truck oder sowas ich kann kein französisch vergiss das so und jetzt kriegen wir es aber hin erst mal andere musik das sieht gut aus oder ja außer jawoll und 10.000 für kassiert und den wagen geschrottet aber dann können wir uns auch direkt eine neue schusssichere weste holen tut mir leid da waren wir jetzt nach ist hier nicht auch noch irgendwas das ist ja auch geil die wollen die neu jetzt nicht wiederbeleben oder was der krankenwagen ach egal malzeit ja komm holen wir uns einmal die komplette fuhre so 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 dann bräuchten wir mal wieder ein neues auto weil ich es kann aber die tun mir auch gar nichts aber die tun mir auch gar nichts also hör mal vielleicht hier das ist ein dieb ich dreh gerade ein bisschen durch oh ne nicht schon wieder ein stallion wir wollen was anderes wir wollen hier so ein familien obwohl ne wir können auch den wagen dahinter nehmen stehen bleiben guck mal oma du bist doch viel zu klein für das auto du kannst doch eh nicht über das lenkrad gucken danke so so dann würde ich nämlich mal hinten beim hafen gucken ob wir da nicht noch irgendwas haben also hafen in anführungsstrichen ist nicht wirklich ein hafen aber ich glaube da müsste auch irgendwo was sein vorsicht hier wird scharf geschossen irgendwo hier konnte man auch runter ja da vorne oder ja da vorne konnte man konnte man dann ach ja als nächstes müssen wir ja die ray mission machen hier wo wir hier dem dem typen helfen müssen hier so aber da können wir noch nicht rein da habe ich auch irgendeinen tipp bekommen aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern das ist ein telefon telefon mission machen wir wollen wir mal eine telefon mission machen komm sind wir mal nicht so wollen wir mal gucken schnelle auto schnelles ja puh okay eine sache die ich absolut gar nicht kann weil naja das fahrverhalten der autos in gta ist halt auch nicht wirklich so der bringer aber das habe ich ja schon mehr als einmal gesagt aber wir fahren das jetzt einfach mal mit dem wagen hier weil ich eh keinen bock darauf habe sprich wenn die mission fehlgeschlagen ist dann so und dann wollen wir doch mal gucken gut gut die fahren auch nicht gerade wirklich schnelle autos ach nö 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 Easy out there. Das ist doch scheiße. Ey, bitte. Bitte. Bitte hör auf. Mal gucken. Obwohl, wir können das eh nicht mehr einholen. Ich fahr auch wieder absolut scheiße gerade. Was macht der? Och, Mann. Das darf alles gar nicht wahr sein. Das ist manchmal so scheiße unfair, das Spiel. Wow, was ist mit dem passiert? Ich wollte schon sagen, wenn ich den jetzt nicht gekriegt hätte. Fahrwerk runter. Ey, sag mal. Bist du irgendwie bescheuert, alter Mann? Ich kann wohl nicht dein Ernst sein, dass du hier so behindert fährst. Wege den. Jetzt habe ich wieder irgendwen überfahren, den ich gar nicht überfahren wollte. So, vier haben wir. Kriegen wir da eigentlich wirklich, wenn wir die einsammeln, 1000 Dollar für? Ich will mich später mal auf der Aufnahme angucken. Der ist da unten, ne? Ja, war ja klar. Aber kein Problem für mich. Wenn der Wagen mal fahren würde. So, fünf haben wir. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie gut ich bin. Sechs. Sechs. Wir haben sechs. Sechs von 15. Ey, das ist unglaublich. Klar, jetzt brennt die Kiste wieder. Die Autos kann man doch in einem Leben nicht durchscheuern, ey. Das ist doch unmöglich. Hier, gib mir mal dein Auto. Das ist wichtig. Der Checkpoint wurde von noch keinem eingesammelt. Kann das sein? Was machen die denn? Ich glaube, die sind verwirrt. Ey, das ist doch... Na, egal. Ja, das war ein super Irrsinn-Stunt, auf jeden Fall. Wo ist der Checkpoint? Wo ist der? Ist das der im Stadion?